Malisa gibt ein ehrliches Beziehungsupdate. Die Influencerin ist seit 2019 mit dem Fitness-Trainer Fabio zusammen. Die Turteltauben überstanden dieses Jahr sogar den TV-Treue-Test Temptation Island und wirkten danach noch glücklicher zusammen. Auch in dem Format Hashtag Kuplet Challenge bewiesen sie, ein ziemlich gutes Team zu sein. Doch im Moment scheint es bei ihnen zu kriseln, Malisa und Fabio stecken in einem Liebestief. Das offenbarte die Beauty nun in ihrer Instagram-Story. Weil einige ihrer Follower wissen wollten, wie es momentan mit Fabio läuft, packte Malisa aus. Es ist aktuell nicht ganz einfach bei uns, aber wir kämpfen darum. Wir geben uns beiden auch ein bisschen mehr Freiraum, Luft zum Atmen quasi. In jeder Beziehung gäbe es mal Höhen und Tiefen, und so ist es auch bei uns aktuell, erklärte die Blondine ehrlich. Diese News dürften wohl etwas überraschend kommen. Denn noch vor wenigen Wochen schmiss Malisa ihrem Liebsten zum 27. Geburtstag eine Überraschungsfete inklusive Partibus und Stripperin. Ich wollte Fabio den schönsten Geburtstag seines Lebens bereiten, erzählte die TV-Bekanntheit seiner Zeit im Netz. Ich wollte mich jetzt mal in meiner Botschaften zum 27. Geburtstag. Ich muss auf jeden Mal in die Tat brennen.